dass ich eine Kooperation mit der Lufthansa, weil ich wohne halt in Amerika, fliege immer noch viel, das ist mein einziger unerfüllter Wunsch, ist die Lufthansa. Deswegen muss man ganz viel Lufthansa sagen und vielleicht hört ja die Lufthansa dann irgendwann mal zu. Aber was würdest du dir wünschen? So ein Stuhl, wo dann in der ersten Klasse Paul Rübke in der Kabine eingenehm ist? Nein, eine Kooperation. Ich will mit denen zusammenarbeiten. Ich will für die Reiseziele, die vielleicht ein bisschen Hilfe brauchen, anfliegen, da eine Geschichte erzählen in Podcast, Video und Foto.